Verkehrt rum Wenn du sie neu aufziehst, dann mach's doch gleich Ein guter Rat, denk drüber nach, es ist deine Zeit Jeden Tag, jede Nacht kann ein Wunder geschehen Und es lässt dich spüren, heute da öffnen sich Tür Jeder Tag, jede Nacht ist ein Beginn Wer das Leben liebt, wird auch geliebt Wie viele Menschen weinen sich nachts in den Schlaf Das Schicksal warf sie aus der Bahn, weil es sie malt war Kein Sonnenschrahl erreicht sie und es fällt schwer Zu sagen, halbvoll ist mein Glas und Licht, es ist halb leer Jeden Tag, jede Nacht kann ein Wunder geschehen Und es lässt dich spüren, heute da öffnen sich Tür Jeder Tag, jede Nacht ist ein Beginn Wer das Leben liebt, wird auch geliebt Jeden Tag, jede Nacht kann ein Wunder geschehen Und es lässt dich spüren, heute da öffnen sich Tür Jeden Tag, jede Nacht ist ein Beginn Wer das Leben liebt, wird auch geliebt Wer das Leben liebt, wird auch geliebt Alex und Will, Platz 3 der MPTV-Schlagendparade Best Off Wir werden sie nachher nochmal sehen, denn sie bekommen natürlich nachher ihre Trophäe hier Und die Urkunde überreicht Ja, auch sie hatte unwahrscheinlich viele Anrufe Eine wunderbare Jurywertung und somit landete sie auf Platz 2 der Best Off Sendung Eine sehr, sehr sympathische Sängerin, die mit unwahrscheinlich viel Temperament Immer auf die Bühne kommt und auf der Suche nach ihrem Singleboy Die Herzen des Publikums erobert hat Platz 2 der Best Off Sendung der MPTV-Schlagendparade Er war schön, leider auch so wunderbar Und ich sah, wie allein er war Ganz allein trank er ein paar Gläserwein Ich sagte mir, lass das besser mal sein Oh, 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 oh cerna-männer suchen Mädchen, schönen Mädchen suchen Männer wie dich Herr Singleboy, Herr Singlegirl, stell dein Herz nur auf Empfang Dann kommt irgendwie oder irgendwann dieses Glück schon bei dir an Herr Singleboy, Herr Singlegirl, lass die Sonne in dein Herz Wenn man träumen kann, fängt die Liebe an und sie trägt dich himmelwärts Es ist wahr, das Leben war nicht immer fair Ich bereue nichts, ich liebe einfach zu sehen Immer dann, wenn einfach nichts mehr weitergeht Kommt das Glück, das dich auf Flügel trägt Starke Männer suchen Mädchen, schöne Mädchen suchen mehr wie dich Herr Singleboy, Herr Singlegirl, stell dein Herz nur auf Empfang Dann kommt irgendwie oder irgendwann dieses Glück schon bei dir an Herr Singleboy, Herr Singlegirl, lass die Sonne in dein Herz Wenn man träumen kann, fängt die Liebe an und sie trägt dich himmelwärts Oh 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Marcel Scheidt, Sieger der Best-Off-Sendung der MPTV-Schlager-Hitparade. Lieber Marcel, ich darf dir die Trophäe schon mal geben, darf dir ganz, ganz herzlich noch mal gratulieren. Platz 1 der Best-Off-Sendung MPTV-Schlager-Hitparade. Und? Zufrieden? Ja, ich bin völlig baff. Ich sag Dankeschön. Also, vielen herzlichen Dank. Und es gibt natürlich noch eine Urkunde mit dazu, überreicht von unserer Sabine. Meine Assistentin, ich sag noch einmal ein herzliches Dankeschön, dass du mit dabei warst. Und es gibt einen Applaus von unserem Publikum für Platz 1 der Best-Off-Sendung der MPTV-Schlager-Hitparade. Marcel Scheidt! Ja, und natürlich wollen wir auch ihr noch die Trophäe jetzt überreichen, ganz offiziell. Und ich darf sie noch einmal zu mir auf die Bühne bitten. Platz 2 der Best-Off-Sendung Annabelle Prinz! Liebe Annabelle, auch dir herzlichen Glückwunsch. Und es gibt, ah, da wird's gratuliert gegenseitig. Zuerst die Trophäe, Platz 2 der Best-Off-Sendung und natürlich auch du, eine Urkunde. Hast du noch was zu sagen für deine Fans? Ich möchte mich bei allen bedanken, die auf mich geglaubt haben. Und denen, die auf mich nicht geglaubt haben, möchte ich danken, dass die mich dazu getrieben haben, das zu schaffen. Okay, vielen herzlichen Dank Annabelle Prinz! Und natürlich auch unsere Drittplatzierten werden jetzt noch einmal kommen. Auch sie bekommen eine Trophäe und die Urkunde. Alex und Will, Platz 3 der Best-Off-Sendung! Kommt zu mir, ich geh mal in die Mitte kurz. Auch euch natürlich herzlichen Glückwunsch, normal zuerst die Dame, aber Blick war zuerst nach rechts. Kommt zu mir, auch für euch. Wer darf die Trophäe nehmen? Wer die Urkunde? Aha, sie kriegt die Trophäe, du die Urkunde. Okay, du hast nichts zu sagen. Ach doch, schon was zu sagen, aber ich muss ein Kompliment mal machen dem ganzen MPTV-Publikum. Also sagenhaft, dass so viele Leute hinter uns gestanden haben und wir bedanken uns ganz rechtlich für diesen dritten Platz. Vielen herzlichen Dank auch euch, dass ihr mit dabei wart. Ich sage allen ein herzliches Dankeschön und freue mich auf ein Wiedersehen bei uns hier, sei es im Musikparadies oder in der MPTV Schlagetparade. Platz 1, Marcel Scheidt, Annabelle Prinz, Platz 2 und Alex und Will, Platz 3 der Best-Off-Sendung. Dankeschön! Applaus Applaus Vielen Dank.